Boah, bei mir läuft gerade richtig übrigens, ne? Ich glaube, ich kotze gleich. Ja, okay, ich sag mal so, ich glaube, ich habe auch genug. Ich möchte jetzt ja nicht deine Bude hier vollkotzen, ne? Wie, er hat das von selbst zugemacht. Ich werde angerufen. Ich gehe mal ran, besoffen. Ja, ist ja gut, Simeon, ist ja gut. Wir sind wieder ProThumpsTV, Dena und wir spielen wieder ein bisschen GTA. Ich will auch weinen, sie will, du Pisser. Ja, nimm, die, gönn dir doch. Ich auch, ich kann da gar nicht hin, ich möchte was saufen. Echt nicht? Ich habe richtig viel getrunken miteinander, also bringt nichts. Warum nicht? Ich nehme jetzt erstmal einen grünen Saft drauf. Vor allem, ich trinke einfach aus, wie ich trinke, dass... Ah, ich weiß, was? Ha! Ich habe Aids jetzt auch. Also spätestens Aids. Ja, aber euch läuft einfach nicht so. Ihr müsst euch gleich in die harten Sachen wagen, ist doch logisch. Bei uns steht da einfach so, als wäre er behindert. Ja! Oh Gott. Lass mal gehen, Alter. Nein, ich trinke richtig schön hier. Ich hau mir ordentlich was rein. Ja. Ihr fasst auch nicht so viel auf das Gefühl? Geht schon? Kein Bock mehr bei euch. Ah, jetzt kann ich die Bock ankicken. Bei wo... Wo wohnen wir eigentlich gerade? Also wo sind wir? Bei wem chillen wir gerade? Ja, ne? Oh, das ist schön bei dir. Immer. Hast dir was gegönnt, ne? Walther wohnt noch auf der Parkbank? Du hast ja zwischen... Ja, auch schon so einen Penner. Hey, ich habe jetzt... Ich habe eine Garage, auf der ich wohnen kann. Ja, bei mir... Oh, bei mir läuft gerade richtig übrigens, ne? Komm auf hier aus! Nein! Ich glaube, ich kotze gleich. Oha! Hahaha! Doch, noch einen Schluck! Oh, ein bisschen... Oh, ich habe schon daneben gegossen hier. Ohaah! Ohaah! Hm... Ei, 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 ei! Autofahren dabei ist durch ganz gut. Stichwort Auto. Ich muss noch mein eigenes Auto abholen. Ich würde gerne auch noch was konsumieren. Ja, okay. Ich sage mal so. Ich glaube, ich habe auch genug. Ich möchte jetzt ja nicht deine Bude hier vollkosten, ne? Hahaha! Wie, er hat das dann selbst zugemacht? Ich werde angerufen. Ich gehe mal ran, besoffen. Du hast vergessen, wie die Fahrzeuge gefordert. Hahaha! Mein Mann, please! This is not hot! Hahaha! Hahaha! Ja, ich war gut, Simion! Ich war gut! Ja, ja, ja! Haha! Ja, 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 ja! Komm! Kick! Oh, Pferdrohr. Hallo Pferdrohr. Hallo Pferdrohr. Oh! Oh! Die hat es noch die Bombe an. Kickst du, wie du glaub ich will. Oh! 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 Wo ist die Bombe? Oh! 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 Kann ich so schnell gehen? Oh! Oh! Ein Fernseher! Komm her, küsse mich! Hey, du bist jetzt alle besoffen! Hier, da. Du musst sie angucken. Oh, bei mir wackelt alles, ich glaub ich kopf's gleich. Oh, oder ich werd wieder normal. Ich bin schon wieder normal, es ging richtig schnell. Oh, dann kam die Bonn aber schnell hinterher. Oh, auf geht's hier. Siehst du den schon durch? Ich will einen durchziehen. Jaja, bin dabei. Oh, ja. Oh, ja. Oh, es wird ein bisschen gelb nicht hier alles. Oh, ja. Der will nicht mehr trinken. Okay, los geht's. Ja, das hat er mir auch gerade gemacht. Los, Party People, wir gehen jetzt in das Auto holen. Hey. Ja, mach bitte das Auto klar. Fahrt schon mal mit nem Auto vor, ich komm nach. Ich bin nicht so schnell, aber fahrt schon mal das Auto passend vor. Ja, du hast es erfasst. Dass du dich noch was gönnst, Alter. Okay, auf geht's. Uiuiuiuiui. Pferde, Hilfe. Ich sehe überall Pferde. Oh ja. Boah, dein Haus ist riesig. Das hat gar kein Ausgang, könnte es sein. Aber wo? Oh, ich will im Badezimmer. Der färbt sich jetzt bestimmt noch so ein. Hier ist noch ein Spiegel. Ist voll schön bei dir. Ey, du hast mal einen schönen Renault Twingo kaputt gemacht. Die Tür kriege ich bezahlt, ne? Der gehört nicht bei dir. So, jetzt was noch an. Ist das ein Viersitz? Ja, ich dusche noch kurz. So, das reicht jetzt auch wieder. Ich bin gar nicht mehr alkoholisiert. Was soll das denn? Ja, ich auch nicht. Ich habe kurz geduscht, jetzt ist alles weg. Ich komme gleich. Ich muss noch füllen, man. Das dauert. Wir warten auf dich. So. Oh. Ja, ja. Ich bin im Ankleidezimmer. Ja, ja. Boah, hast du schöne Schuhe? Gehören die dir? Das sind die Schuhe von deinem Mann, Alter. Ja, das machen wir Frauenschuhe. Wieso hast du Frauenschuhe? Die waren nämlich letztes Mal zu Besuch bei mir. Ach so, okay. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Ich komme jetzt her mit deinem hitzlichen Auto. Ich komme ja schon. Kopfgeld wurde ausgesetzt. Ich glaube, das ist die richtige Tür. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich weiß nicht was. Aber ich glaube, es bedeutet rausgehen. Ja, ich bin rausgekommen. Nein. Nein. Was macht ihr da? Ey, nein. Was ist da los? Ey. Ja. Das ist ein Auto, wo nur zwei Personen reinpassen. Was? Das ist mein Auto. Das finde ich nicht in Ordnung. Bleib stehen. Ach, jeder. Oh Gott. Er ausrastet. Er rastet direkt weg. Chill. Chill. Chill mal, Rudi. Okay, gut. Ja, ich schieße nicht auf dich. Ey, Mann. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ja. Du bist einfach so gestorben. Der hat mir eine geklatscht, Alter. Ja, weil du auf mich ankamst. Ich wollte das ja nicht. Ja, das ist... Ist das auch zu gut? Oha. Das fährt richtig gut. Okay. Komm her. Ich komme runter. Kommt alle her. Ah, nee. Passen her. Oh! Ja, wir müssen jetzt mein Auto abholen. Oh! Oh, scheiße. Ich habe einen Stern. Warum auch immer. Und du hast bei meinem Auto... Ey, jetzt habe ich auch erst mal. Ja, sorry. Das passiert im Eifer, das Gefägt. Ja, ich weiß auch noch nicht genau. Aber da, wo mein Auto ist. Oha, ich kann nicht fahren damit. Das ist voll schwer. Oh mein Gott. Mal schön geradeaus fahren. Das war nicht heftiger. Oha! Schieb euch ein bisschen an. Ich glaube, das ist leichter. Ich habe mal mit Kevin eine Challenge gemacht, wo man mit kaputten Reifen fahren muss. Ich glaube, es ist schwerer, wenn man nur mit einem einzigen kaputten Reifen fahren muss. Und es sind auch hier beide kaputt. Hier! Hier sind auch beide hinteren kaputt. Hier, hier, hier! Hier! Ja, hier! Baba! Die scheiß Spacken, Alter! Hier! Oh Gott! Oha! Also echt nicht leicht! Ja, wir müssen gleich mal umsteigen, glaube ich. Kommt rein! Kommt noch was? Ach, Dima, Alter. Los! Mit der Krippelkarte, glaubst du nicht, wer weiß. Doch! Oh Gott, hier! Ja, weil jetzt gerade... Du könntest aber auch nicht mehr so gut fahren. Alter, was haben wir denn für ein Problem? Ja, jeder, du K***er, ey! Wohin müssen wir denn überhaupt? Nimmer, fahrt mir einfach nach! Weißt du, wie hab ich diese... Fahrt mir einfach nach! Ich bringe euch da ein, wo wir hin müssen. Oha, das ist ein Rennen, mein lieben Jörgen. Das ist ein Rennen, mein lieben. Oh! Ah, man muss nämlich ganz vorsichtig fahren, dann geht das. Hier! Ich fahr sehr vorsichtig! Hier! Hier, ich fahr sehr vorsichtig! Hier, ich fahr sehr vorsichtig! Hier, ich fahr sehr vorsichtig! Hier, ich fahr ganz vorsichtig! Warte! Ich fahr ganz vorsichtig, weil sonst dreht man sich weg! Das ist ein Balance-Akt! Warum, Alter? Wessen Mama? Ja, den hatte ich nämlich unten drin! Hier, im Popo noch! Das ist ok. Das ist ok. Das ist ok! Oh, kacka! Und auch Skrurz! Ok! Wir müssen gleich rechts abbiegen! Also ich unterbreche, oder so! Wir sagen uns nur ungern, aber wir müssen gleich rechts! Oh, was war das denn! Ich bin echt vorsichtig gefahren, ja! Aber plötzlich, ich habe mich einfach mal um dich selbst gedreht. Oh, nochmal! Läuft bei mir! Das ist echt nicht leicht! Oh, hast du dich gedreht? Ne, was passiert jetzt? Was machst du denn jetzt? Willst du es zur Amunation oder so? Also ich hole jetzt mein Auto, ne? Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ah, das ist aber Cheaten. Coole Leute, kommen auch mit dem Auto da an. Wow. Okay, es ist echt nicht leicht, aber ich schaffe das. Wuuuuh. Oh. Ich seh mein Auto schon, bin gleich da. Dann hab ich aber gleich Sterne, ne? Ja, das ist doof. Da. Oha, mein Auto ist unten hinten ziemlich rot. Also das ist irgendwie nicht so schön. Ich weiß gar nicht, warum. So. Sprung. So. Wuuuuh. Hallo Polizei. Oh, Stern. Unschöne Sache. Oh, es stehen auch noch andere schöne Autos. Aber ich nehm lieber meins nur mit. Oha, die schießen einfach schon. Scheiß Spacko, jetzt mach die Tür auf. So. Okay, ich bin da. Au. Bist du das? Ne, ist irgendjemand anderes, ne? Oha, er schießt auf mich, der scheiß Spacko. Geil, ich hab ne Sonnen drin, Lika. Und er klaut mein Auto. Er klaut mein Auto. Wie stehe ich aus, dass andere Leute mein Auto klauen können? Das mach ich jetzt. Scheiß Spacko. Wird dann rausgeworfen aus dem Auto? Fahrzeug leeren noch machen. Das wär gut. Yeah, das mach ich jetzt. Hoffentlich stirbt er dabei. Wird er laut dem Auto rausgeworfen, oder? Erstmal muss mein Spiel laden. Mein Spiel denkt sich grad, yo, yo, hallo? Äh, äh, GTA-Spiel? Nee, lieber schwarzen Bildschirm. So. Lange. So, jetzt wird er rausgeworfen. Der跑er soll sich das Fahrzeug leeren. Hä? Kann ich nicht machen. Aber ich stell um, dass nur noch Äh, Freunde da rein dürfen. Da. Ey, da kommt jemand. Auf geht's zu dir, da. Auf geht's. Da kommt jemand. Tschüss. So. Komm zu mir. Warte, du musst auf jeden Fall jetzt irgendeine Schlampe überfahren. Guck mal, die Felle da. Okay, warte. What you need, Boss? Some wheels? I can bring them round. I'll bring them back. BBW, BBW, BAM! Hurensohn! Die hat, glaub ich, überlebt. Die schmeckt grad richtig nacktschnecker, Alter. Okay, fahren wir weiter. Wo ist mein Auto? Ich hab grad angerufen, dass wir mein Auto bringen sollen. Der macht das nicht. Da ist Dena. Was ist los bei dem Mechaniker? Da ist Dena. Ach, da vorne ist es. Dena. Wo? Dena. Wo seid ihr? Dena. Ja. Ach, da hinten kommt ihr. Oh Gott! Nicht mich schulden, ihr scheiß Spacken! Nein! Scheiß Spacken! Ja, das habt ihr verdient, Alter. Ja, okay, ich helfe euch. Fuck! Was eine Weenie, Alter. Hat den... Den hast du aber von Menhofen, ey. Warum sind wir explodiert? Wisst ihr, wo mein Auto ist? Angeblich mein Auto hier, der hat mein Auto in die U-Bahn geliefert. Oh, der ist ja ein Auto gespongen. Ja! Aua! Oh, ich bin jetzt auch in der U-Bahn. Ich komm zu dir! Der hat mein Auto ohne Spaß in die U-Bahn geliefert! Der hat mir die U-Bahn-Brille gegönnt, möchte ich nochmal sagen. Warum macht er das denn? Nein! Hurenso Mechaniker! Ich feier den! Hallo! Oh! Oh, da bist du tot! Das ist aber tragisch! Mensch, Dena! Warum machst du das? So, wo ist der Hurensohn? Mensch, Dena! Oh! 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 Der wugensohn. Der ist tot. Ich will ja! Ja, steig ein. Hilfe! Boah, meiner chillt aber richtig Cit Okay, lass den mal töten. Okay. Crazy. Will den da vorne? Nest! Ich weiß, wen du meinst! Ich weiß, wen du meinst ... oh! Da ist er tot, ne? Ja, da, da! Hier, ist er irgendwo! Wider, was machst du denn?! Au! Ich bin nur gefahren und ich war tot! Der hat mich weg gepustet steht hier. Richtiger Huren. Ja richtiger Puster ist das! Jawoll, schön. Hurenpuster! Der hat ein Scheint. Der hat ein Scheint. Weißte? Dener! Der hat... Mann der hat ein Dings, der hat... Der Kopfgeld hat der! Okay. Warum töten die immer weg? Du wolltest ihn dann nur wieder geben. Du hast nicht umgefahren, oder? Spacko! Hallo! Oh! Ja, ja, ja! Hier komm her! Ich steh hier! Am Ende der Straße! Ich steh hier doch! Ey! Was seid ihr? Hilfe! Hilfe! Hilfe, dener! Warum kommt ihr nicht zu mir? Oha! Mach halt dir das aus! So nicht, meine Lieben! Mach's nicht kaputt! Ah! Steig's aus, lass irgendwo stehen! Oh Gott! Sterben, sterben, sterben! Warum machen wir wieder solche... Aha! Manu! Schnell, wir müssen den mit Kopfgeld holen! Okay! Lass den ficken, okay? Hier ist dein Auto, was komplett kaputt ist, aber YOLO! Okay! Du kannst irgendwo stehen lassen, dann krieg ich das neu! Dann krieg ich das ja neu! Aber, ne? Jetzt muss ich erst mal den mit Kopfgeld holen! Also mein Auto ist komplett kaputt, aber es fährt noch voll normal! Das finde ich ganz geil! Hallo! So, da ist er da vorne! Oh, der verfolgt hier einfach mal mehr das Stretchlimo! Der ist doch dumm, ist der! Der ist doch dumm! Aber ich bin noch dümmer und die sind dumme, fette... Also dumm weiß ich nicht, aber fette Frauen auf jeden Fall! So! So, da vorne ist der irgendwo! Hier! Ich hab sogar einen Sternbaum auch immer! Nein, die fette Frau ist in diesem Fall egal! Wir müssen nur den... Oh, der fährt gleich zu seinem scheiß Haus, der Spacken! Oder was macht der da? Nee, der fährt davon noch! Den müssen wir uns holen, Mann! Den mit dem roten Punkt! Hä? Nein, du bist gar nicht hinter mir! Jeder, der den roten Punkt hat auf den Christolösegeld! Äh, ich kaufe Geld meine ich! Wo seid ihr? Achso, das wusste ich auch nicht! Keine Ahnung, ich bin hinter denen! Wir sind so außerhalb schon... Wir sind auf dem Weg zum roten Punkt! Den seht ihr aber doch, oder? Ah, ich weiß... Der ist hier hochgefahren! Kann es sein! Von Firma her! Ahhhh! Da vorne ist er irgendwo! Den holen wir uns! Oh Gott, scheiße, Polizei! Überholen wir die! Oh, ich hab selber auch Sterne! Aber interessiert die Polizei nicht! Polizei interessiert... Nein! Nicht der! Wow! Warte, ich bin oben... Achso, der ist runtergefahren! Ne, ich wusste... Der Schwack ist auch runtergefallen! Der ist ja den kürzeren Weg da angekommen! Ja, haha! Ja, 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 ja! Du hast es nicht mal geschafft hochzufahren! Nein! Da, da hinten ist der! Mann, ich will mit Spaß haben! Warum denn... Nein, darfst du nicht! Du hast... Du warst gestern Abend nicht artig! Jetzt darfst du heute keine Menschen töten! Ja, du bist direkt... Du bist ja direkt bei mir hier! Weißt du, was das für ein Auto ist? Mensch! Scheiße! Nee! Das sieht ein bisschen kaputt aus! Ja, ich hab meins auch komplett kaputt, aber fährt auch noch! Boah, wie schnell der ist! Läuft bei dem Haar! Was hat der für ein Auto im Geländeding oder wie? Oh nein! Jetzt sterbe ich bestimmt! Und... Fuck! Ich bin auf den Kopf gefallen! Mit dem Auto! Du musst mich einsammeln! Ich bin hier unten! Hey, das ist mein Auto! Mach's nicht kaputt! Kann man da noch? Kann man da noch? Du stirbst bestimmt! Kann es sein! Oh! Die Polizei hat mich umgefahren, als ich tot bin! Scheiß Spacken! Das ist nicht witzig! Jetzt muss ich nochmal über die Straße laufen! Mann, Mann, Mann! Es sind alle voll weit weg! Ich hab hier nicht mal ein gutes Auto! Ich weiß nicht mal, wo ihr seid, Alter! Ich hab nicht mal ein Auto! Ich bin irgendwie voll weit weg, irgendwie! Gerade eben war es noch hier! Jetzt nicht mehr! Ich seh den! Da oben! Oh, shit! Ich hab leider kein Auto hier! Ich hol mir jetzt einen Polizeiwagen, wenn ich das schaffe! Oh Gott, jetzt werde ich sterben! Ja, du Scheiß Spacken! Boom! Boom! Schack ihn! Mann! Nein! Kurz vor ihm nicht sterben! Scheiß Spacken! Mit meinem Auto! Nee, ich kann es vielleicht einfach anrufen, wenn ich das wieder bekomme! Ah! Jetzt hat er, jetzt hat er wieder... Ja, machst du das? Oh, der Spacko, ich steh direkt in der Hauptstraße und er sagt, nö, nö! Heute kein Bock! Hab ich schon gehabt, mein Auto, fahr mich nicht um! Nur montags! Tschüss! Tschüss! Bis gleich! Da vorne ist mein Auto! Ich versteh nicht, warum die Menschen das nicht immer direkt... Ah, ne, ist doch nicht meins! Warum fährt... Ah, das ist hinter mir! Hallo! So! Okay, warte, ich komme! Na klar! Und dann kommen hier Sterne! Los! Los geht's! Hab ich jetzt Sterne? Oh Mann! Bitteschön! Danke auch! Mann, du Blödi! Oh Gott! Hast du das gesehen? Schön, hab ich ihn weggedrängt! Äh, wie komme ich da hin? Das ist gar nicht so einfach, aber ich schaffe es! Ja, ich weiß, Entschuldigung! Schießt grad nach... schießt du gerade? Ja, holt die mich ab? Mann, Mann, Mann! Hallo! Ist der im Passivmodus? Ja, der doch... Stopp! Ist der im Passivmodus? Ja, eben! Ich fühl mich auf die Motorhau bestellen! Ja! Nein! Ich hab den doch schon getötet! Ja, wir müssen den erst tüten! Da führt leider kein Wektorn vorbei! Ja! Ja! Versicht! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh Gott, scheiße! Das war dumm! Nein! Bist du dort? Fuck! Verdammte Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Wir sind so akkommal schlecht! Wir sind zu... Wir sind beide gestr... Oh jetzt, 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 jetzt! Oh nee! Wo ist denn der da? Pullensohn! Ach, da oben? Egal! Aber die Folge ist nie schon lange! Warte, ich kill den Typen jetzt! Nein! Ja, das stimmt! Fährt der da oben hoch? Ich hab drei Sterne! Oh mein Gott! Warte, ich hab grad... Da ist der, der da oben fährt, ne? Haltet doch eure Fresse da unten, Mann! Ganz ehrlich! Wiew, 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 wiew. Damn! Damn, damn! Ja kacke! Das wird heute nix mehr! Aber das war's... Für heute den Folge... Geht's für A5 mit Brautungsamt. Wir fahren morgen jetzt weiter... Vielen Dank für Zuschauen auf der Rine! Sehr schön! Gröninger Abschluss! Vielen Dank für die Zuschauen auf der Rine! Bis nächstes Mal, mach's gut, tschau!